... der Weltbevölkerung. Herr Neuschland, nicht nie! Und deswegen... Herr Neuschland, nicht nie! Herr Neuschland, nicht nie! Ein Prolet unterster Schublade. Der eine besonders und die andere Mitläufer ebenso. Aber der erste ist ein Prolet unterster Schublade. Mit Ihren Eltern würde ich gerne mal sprechen, was bei Ihnen verdammt in der Jugenderziehung schiefgelaufen ist. Sie müssen mit der Rakete durch die Kinderstube gerasselt sein.